Hallo Mädels, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Michael Göre und ihr seht TV Jungs Musik. Heute mal wieder mit einem Platten Review. Es geht um Flash Metal von Grillmaster Flash, ganz neu bei Grand Hotel von Cleve erschienen. Und da müssen wir uns jetzt auch erstmal die Frage stellen, darf der das? Müssen wir jetzt als Metal-Gemeinde vielleicht mit Fackeln und Mistgabeln gen Bremen latschen, um den Mann aufzuknüpfen? Es ist ein bisschen interessant in den letzten Jahren, was sich so getan hat, wo Metal auf einmal auftaucht, sei es als Thema oder musikalisch. Hier Jan DeLay, der da ein Wacken-Video gemacht hat. Romano, der seine Metal-Kutte berappt oder ja nicht zuletzt hier Alligator, der jetzt auch auf dem Wacken aufgetreten ist, bei Wacken Online und der auch mal Slipknot akustisch covered oder jetzt neulich einen Song mit Fred Durst gemacht hat und immer mal wieder mit Metal liebäugelt. Und da fragt sich die Szene-Polizei natürlich, dürfen die das überhaupt? Ist das überhaupt legitim oder müssen wir da jetzt total rumragen? Ich glaube, da komme ich eher zum Schluss mal zu einem gewissen Resümee. Jetzt haben wir schon wieder jemanden. Grillmaster Flash, wie gesagt, erschienen auf Grand Hotel Van Cleef. Wer das nicht kennt, das ist aus dem Cat-Car-Tomte-Umfeld. Das heißt jetzt auch nicht unbedingt das Metal-Label, aber ein Label für gute Musik und anscheinend sehr nette Leute, weil ich habe gefragt, ob ich die Platte besprechen darf und am nächsten Tag lag sie schon im Briefkasten. Also nette, schnelle Leute. Jetzt fragt ihr euch natürlich Grillmaster Flash, was ist das denn jetzt schon wieder? Ist das noch ein Rapper, der einen auf Metal macht? Nee. Er kommt ursprünglich aus der Punk-Szene und ist seit einiger Zeit halt unter seinem Namen Solo unterwegs oder hat seine Begleitband, die Jungs, dabei und spielt, ich sag mal, erdigen Hardrock, nicht Hardrock, aber erdigen Rock'n'Roll. Es kommt nicht ganz von ungefähr, dass eine seiner Platten, die Lord of My Ass, oder wie heißt, geziert wird von einem Cover, was halt Bruce Springsteen persifliert. Also so in die Richtung kann man sich das schon vorstellen. Es ist nicht so diese Hamburger Schule, aber natürlich mit deutschen Texten und ja, eine gewisse Ironie immer auch dabei und einen gewissen Punk-Roots. Und er hat halt jetzt ein Album gemacht, Flash Metal. Da sind auch einige Gäste mit dabei, Rodrigo González und Bela B. von den Ärzten und Sascha Matzen von Matzen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Experiment gelungen, Katze tot oder ist das totaler Griff ins Klo? Und ich kann schon mal mich an die True-Fraktion richten. Ihr könnt ausschalten. Ist völlig legitim. Ich glaube, da hat der Grillmaster auch gar kein Problem mit. Es geht gleich gut los. Also der erste Song, der letzte Metalhead, der geht schon gleich episch los. Und dann merkt man schon, ja, da ist Liebe da. Und der macht das jetzt nicht nur, um Metals zu verarschen, sondern er wollte einfach mal eine Metalplatte machen. Auch wenn das immer so ein bisschen danach riecht nach, ich würde auch gern mal auf dem Wacken auftreten. Mal gucken, was dieses Jahr auftaucht. Ich verwette meinen Arsch darauf, dass er das tut. Und es würde musikalisch durchaus standhalten. Also ich meine, gut, wenn die Höhner auf dem Wacken auftreten können, dann kann Grillmaster Flash 10 Mal da auftreten. Die Texte sind auch hier wieder auf Deutsch wie bei seiner Stammband, bei seiner Stammmusik. Und das macht schon ein bisschen Spaß. Also man muss dazu aber auch sagen, dass was man so Hamburger Schule nennt und so weiter, das finde ich halt sehr, sehr gut. Das höre ich seit Jahren und höre es immer gerne. Tocotronic, Tomte, halt bis hin zu Turbostart und solche Sachen. Und deswegen geht mir das schon mal ganz gut rein. Ich weiß, dass halt Leute deutsche Texte manchmal bei Metal überhaupt nicht mögen. Die sind dann natürlich auch raus, weil das jetzt auch kein Grohle ist oder sowas. Die Texte sind gut verstehbar und erzählen kleine Geschichten. Also zum Beispiel Musik nur, wenn sie hart ist. Dann geht es halt darum, dass er ein Mädchen kennenlernt. Also das passiert in den Songs sehr häufig, Boy Meets Girl. Und er ist halt ein, der Ich-Erzähler ist halt ein Softie und sie will aber nur Musik, wenn sie hart ist. Und dann klappt das halt nicht. Gefangen in der Friendzone spricht, glaube ich, für sich selbst. Und das macht Spaß. Und das ist halt, ich würde es aber nicht als Metal-Album bezeichnen. Also nicht so direkt wirklich, weil es ist eher ein Potpourri. Weil der erste, der fängt sehr traditionell an, mit traditionellen Liedgitarren und so weiter. An einer Stelle wird schon fast kackendreist Iron Maiden zitiert. Als Tributestelle lasse ich das mal durchgehen. Bei einer Band, die das irgendwie ernsthaft machen würde und dann wahrscheinlich behaupten würde, ja, das ist unser Song. Würde ich aber links und rechts einen auf den Hinterkopf kloppen. Aber es gibt halt auch wirklich rockige Nummern und groovende Nummern. Also es ist nicht so straight ein Metal-Stil. Das ist wirklich, ja, so ein Fan geht seine Plattensammlung durch und macht einfach mal die Stile, worauf er Bock hat. Alles immer eher so im Bereich des klassischen Metal, Hard Rock, Glamour Rock angesiedelt. Und verbunden mit den Texten, die ja auch teilweise so ein bisschen ironisch sind, mit dem Augenzwinkern, ist mir ein Vergleich aufgekommen, der ein bisschen hochgegriffen ist. Also man sollte mich jetzt nicht darauf festnageln, aber mir ist sofort tennisches Deal in den Kopf gekommen. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Und ich weiß halt, dass viele Metal-Heads tennisches, die tierisch feiern. Manchen geht es einfach auf den Sack, weil irgendwie zweimal pro Abend auf einer Party Tribute gespielt wird. Aber mal abgesehen davon, Jack Black und Cargas sind coole Säue, die halt Bock auf Metal auch haben und Hard Rock und das feiern, aber nie irgendwie, was weiß ich, eine Thresh-Metal-Platte rausbringen werden. Also so in dem Bereich bewegen wir uns. Das ist alles so, ja, so ein eher ist es eher kein Metal-Album, ist es ein Album, das Metal feiert. Als Fan, der aber keinen Bock hat, sich in der Szene wirklich zu bewegen oder beziehungsweise den Szene-Klischees zu entsprechen. Der Mann trägt meistens auf der Bühne normalerweise eine Jeansjacke, hat eine dicke Hornbrille auf und, ja, halblange Haare. Das ist jetzt nicht der wildeste Typ auf Erden, aber man nimmt ihm so die Rocker-Attitüde schon ab. Und es ist aber eher dieses hemsärmelige Rock'n'Roll-Ding, so Working-Class-Rock. Aber ist ja auch nichts Schlechtes. Das muss man ja ganz klar sagen. Also ich glaube schon, dass er so privat Metal hört. Und ich kenne halt einige Leute, die das gerne machen, die aber keinen Bock auf die Szene so haben. Also so oft oder das so exzessiv zu leben wie unser Eins, der schon Schaden kriegt, wenn er eine Woche lang nicht auf dem Konzert war. Und ja, insofern macht die Platte echt Spaß. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass man sowohl was mit Metal anfangen kann, als auch ein Herz hat für Punkrock, für Hamburger Schule und deutsche Texte und so. Weil meistens, also ist es schon gerade in den Refrains, merkt man schon, dass da mehr Punk als Metal drin ist, was die Feierbarkeit und die Mitsingbarkeit deutlich erhöht. Ich bin auch mal gespannt, ob er das dann in seine normalen Sets mit einbaut oder ob er dann Special-Sets macht und so. Höhepunkte. Allein der Name Bremen Nord Power Chord ist schon einer der Songtitel des Monats auf jeden Fall. Welchen Song ich total gerne mag, weil er so schön dumm ist. Also er weiß auch, dass er dumm ist. Ich glaube an den Rasenmähermann. Übrigens nie den Film gucken, der Rasenmähermann. Das ist das Schlimmste, eines der schlimmsten Dinge, die jemals aufs Kino losgelassen worden sind. Obwohl es eine sehr schöne Kurzgeschichte von Steve King ist. Und er glaubt halt an den Rasenmähermann. Ich hoffe, den Literarischen, nicht den Filmischen. Und es ist so ein schöner, stumpfer Song. Es macht einfach so mega Spaß. Und mit Bela B. zusammen macht er eine Cover-Version von einer Cover-Version, nämlich der Hund von Baskerville. Sprich, das Schlager-Duo Cindy und Bert hat ja damals eine eingedeutschte Cover-Version von Paranoid von Black Sabbath gemacht. Und die haben sie jetzt nochmal gecovert. Und das sehr gut. Also es ist tatsächlich eine sehr düstere Nummer geworden. Sehr elegisch. Und gefällt mir richtig gut. Also sticht auch so ein bisschen raus, weil sie halt eine sehr düstere Atmosphäre hat. Ich glaube, da hat Bela dann auch so ein bisschen Songwriting-technisch mit reingespielt. Und ja, also es ist unter den Prämissen, die ich genannt habe, ist das eine spaßige Platte. Es ist keine Offenbarung. Es ist jetzt nicht das Highlight des Jahres. Aber es ist gerade jetzt, wenn es Frühling und Sommer wird und so weiter, macht so eine Musik richtig, richtig Laune, weil es halt auch nicht nur auf die Fresse geht. Weil es auch mal einen Augenzwinkern mit dabei hat und das Ganze alles nicht so schwer und nicht so ernst nimmt. Und insofern, wenn ihr da ein offenes Herz für habt, hört auf jeden Fall mal rein. Also wie gesagt, Anspieltipps meinerseits. Ich glaube an den Rasenmähermann, der ist bei Spotify, hat ja noch nicht mal irgendeine Zahl an Aufrufen. Also ich glaube, ich habe da irgendwie einen sehr eigenen Geschmack. Keine Ahnung. Wie gesagt, die Cover-Version Der Hund vom Basketball ist ein bisschen schade. Im Musikvideo dazu labern die die ganze Zeit darüber. Das nervt total. Also da kann man sich eigentlich nicht angucken. Oder einfach mal in den Eröffnungssong reinhören. Der letzte Metalhead, da spielt auch Rodrigo Gonzales mit. Und auch ganz nettes Gimmick ist, dass zum Schluss es noch eine Abmoderation von Markus Kafka gibt. Den kennt man noch früher von Viva und vom Metalhammer. Der dann halt wie bei einem Hörbuch alle Protagonisten nochmal nennt. Ist schon eine nette kleine Idee. Ist beim Durchhören dann auf Dauer albern. Aber es ist halt wie gesagt, man macht sich da mal wieder Gedanken und arbeitet auch mal wieder mit dem Albumformat. Finde ich immer ganz schön. Und insofern kann man dann nicht dran meckern. Produziert ist das Ganze schön knusprig. Also es ballert gut aus den Boxen. Auch da eigentlich alles richtig gemacht. Ich sag mal, ich habe Spaß an der Platte. Die wird im Sommer bei mir definitiv öfter laufen. Es ist aber halt nicht die reine Lehre. Ist aber auch egal. Und wie gesagt, wenn ihr eine wilde Mischung aus Manowar, Kiss, Tenacious D, bisschen Turbo Negro und so weiter haben wollt. Vermischt mit Texten, wie man sie vielleicht... Tokotronic ist schon wieder viel intellektueller. Einfach spaßige deutsche Texte und Geschichten. Wer da Bock drauf hat, sollte auf jeden Fall mal reinhören. Und ich finde es gut. Und ich finde, der darf das, weil man ihm anmerkt, dass da Spaß und Liebe bei ist. Und generell auch so die Sachen mit Romano und Alligator. Ganz ehrlich, Musik gehört niemandem. Kunst gehört niemandem. Kunst ist frei. Kunst muss frei sein. Und wenn euch das nicht gefällt, dann hört es euch nicht an. Es zwingt euch niemand. Bisschen Toleranz. Tut uns allen ganz gut. Und die brauchen wir in der momentanen Zeit. Insofern Hard Metal, aber Peaceful. In diesem Sinne, Empfehlung meinerseits, weil ich die Voraussetzungen gut finde. Grandmaster Flash, Flash Metal, erschienen bei Grand Hotel Van Cleef. Wie ihr seht, auf Digipec CD, natürlich auch digital. Ich weiß gar nicht, ob es ein Vinyl gibt. Das hätte ich mal vorher nachgucken sollen. Bleibt true, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschau.